Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Digis Adventure mit mir, dem Retro Gamer. Wir spielen die chinesischen Nebenaufgaben und befinden uns in dem Level Chinesische Grenze. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's dann auch schon, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren und aktiviert das Glöckchen, um zukünftig auch keine weiteren Videos von mir zu verpassen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, ciao!